Was beschäftigt private Besitzerinnen und Besitzer von Schweizer Renditeimmobilien? Genau diese Frage beantwortet seit diesem Jahr der neue Crowdhouse Immobilienbarometer. Wir haben private Besitzer von Renditeimmobilien gefragt, was sie auf dem Markt beobachten. In dieser Folge von How to Real Estate schauen wir auf die Resultate. In der Schweiz gibt es eine Vielzahl an Studien und Erhebungen über den Immobilienmarkt. Von unterschiedlichster Seite, beispielsweise von Banken, Bewertungsunternehmen oder vom Bundesamt für Statistik. Sie erscheinen je nachdem monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich und nehmen unterschiedlichste Bereiche unter die Lupe. Beispielsweise Preisentwicklungen, Hypothekarzinsen, Leerstände, Blasengefahr oder die Bautätigkeit. Und sie setzen dabei unterschiedliche Schwerpunkte, zum Beispiel auf Wohn- oder Anlageimmobilien. Was fehlt, ist eine regelmässige Befragung von privaten Besitzern von Schweizer Renditeimmobilien. Und das, obwohl 50% aller Mehrfamilienhäuser in der Schweiz im privaten Besitz sind. Das sind in absoluten Zahlen rund 250.000 Liegenschaften. Genau deshalb hat Crowdhouse den neuen Immobilienbarometer ins Leben gerufen. Er soll die Sichtweise von privaten Besitzern von Renditeimmobilien ins Zentrum stellen und den Markt von einem neuen Blickwinkel beleuchten. Die Daten für den neuen Immobilienbarometer wurden durch das Research-Team von Crowdhouse erhoben. Über unser Netzwerk haben wir Zugang zu mehreren Tausend Allein- und Miteigentümern von Schweizer Renditeimmobilien. Für die aktuelle Erhebung haben über 180 Personen an der entsprechenden Befragung teilgenommen. Was ist die Aussagekraft dieses neuen Barometers? Nun, er hat nicht den Anspruch, den Markt oder zukünftige Marktentwicklungen zu beurteilen. Er soll vielmehr widerspiegeln, mit welchen Erwartungen und Motiven private Akteure auf ihm agieren. Für den Immobilienbarometer 2021 wurden dabei folgende Teilbereiche beleuchtet. Wie sieht es mit der Erfahrung und dem Interesse aus? Welche Preisentwicklungen werden erwartet? Wie wird der Markt wahrgenommen? Welche Sorgen stehen im Raum? Wie beeinflusst die Corona-Pandemie den Markt? Und welche Rolle spielt dabei Digitalisierung? Schauen wir uns die Resultate gemeinsam an. Wie schätzen private Besitzer von Schweizer Renditeimmobilien ihre Erfahrung bezüglich dem Kauf und Verkauf von und der Investition in Renditeimmobilien ein? Nun, die Mehrheit behauptet von sich selbst, sowohl beim Erwerb wie auch bei Investitionen in indirekte Anlagevehikel eher erfahren zu sein. Anders sieht es beim Verkauf aus. Nur rund ein Viertel der Befragten fühlt sich mit dem Verkauf von Renditeimmobilien vertraut. Ist man als Besitzer einer Renditeimmobilie automatisch nahe am Marktgeschehen dabei? Nicht unbedingt, denn rund 20% der Befragten Personen gaben an, sich selten bis nie mit dem aktuellen Marktgeschehen auseinanderzusetzen. Für 46% ist der Immobilienmarkt hin und wieder ein Thema. Rund 40% der Befragten gaben an, sich aktiv oder sehr aktiv mit dem Immobilienmarkt auseinanderzusetzen. Wohin geht die Reise im Hinblick auf die Preise? Wir haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, wie sich die Preise für Renditeimmobilien ihrer Meinung nach in den nächsten 12 Monaten entwickeln werden. Nur gerade 6% aller Befragten können sich vorstellen, dass die Preise tendenziell sinken werden. Der größte Teil der Befragten geht davon aus, dass die Preise eher steigen werden. 40% gehen von einer Seitwärtsbewegung aus. Sicher, überbewertet, riskant. Das sind drei Schlagworte, die im Zusammenhang mit dem Schweizer Immobilienmarkt immer wieder fallen. Wir haben drei Aussagen in den Raum gestellt. Der Schweizer Markt für Renditeimmobilien ist sicher. Der Schweizer Markt für Renditeimmobilien ist überbewertet. Und der Schweizer Markt für Renditeimmobilien ist riskant. In der Umfrage wurde abgefragt, inwiefern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesen drei Aussagen zustimmen. Eine grosse Mehrheit der Befragten findet den Schweizer Markt für Renditeimmobilien sowohl sicher wie auch überbewertet. Ein Viertel der Befragten empfindet ihn als eher riskant. Wie sieht es mit Zugängen und Transparenz aus? Empfinden Besitzer von Schweizer Renditeimmobilien den Markt als zugänglich und transparent? Eher nicht. 60% der Befragten bemängeln die Transparenz auf dem Markt. Mehr als die Hälfte vermisst gute Zugänge. Und drei Viertel der Befragten sind der Überzeugung, dass man Zugänge zu attraktiven Liegenschaften nur dann erhält, wenn man entsprechende Beziehungen hat. Wo drückt hinsichtlich Sorgen der Schuh am meisten? Nun, wenn es darum geht, was Besitzer von Schweizer Renditeimmobilien Sorgenfalten ins Gesicht treibt, stechen insbesondere zwei Themen heraus. Hohe Bewertungen und steigende Leerstände. Bei diesen zwei Themen geben mehr als die Hälfte der Befragten an, besorgt oder eher besorgt zu sein. Weniger Sorgen bereiten hingegen die Angst vor Pflichtsanierungen, Mietpreiseduktionen, Zinsrisiken oder fehlender Zuwanderung. Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf den Immobilienmarkt aus? Diese Frage wurde in den letzten eineinhalb Jahren ausführlich diskutiert. Wie sehen es private Besitzer von Schweizer Renditeimmobilien? Nun, sie sind sich unschlüssig. Auf die Frage, ob sich die Pandemie auf den Wärterimmobilien auswirken könnte, zeigt sich ein sehr ausgeglichenes Bild. Ja und Nein halten sich in etwa die Waage. Auch auf die Frage, ob die Corona-Pandemie das Verhalten von Immobilienbesitzern beeinflussen wird, legt keine klare Tendenz offen. Auch hier ist das Ja- und Nein-Lager in etwa gleich groß. Zu guter Letzt wollten wir von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wissen, inwiefern nach ihrer Ansicht Digitalisierung den Schweizer Markt für Renditeimmobilien verändert hat. 80% der Befragten geben an, dass die Digitalisierung den Markt in den letzten fünf Jahren verändert hat. Rund 40% bezeichnen diese Veränderungen als stark. Drei Viertel der Befragten wünschen sich für den Bereich der Renditeimmobilien noch mehr Digitalisierung. Hauptsächlich im Bereich von Marktdaten, dem Angebot und der Bewirtschaftung. Wir hoffen, wir konnten mit dieser kurzen Zusammenfassung einen neuen Blickwinkel eröffnen. Der Crowdhouse Immobilienbarometer erscheint in Zukunft jährlich. Die Ausgabe 2021 können Sie sich in ausführlicher Form als PDF herunterladen. Den entsprechenden Link finden Sie in der Beschreibung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich aufs nächste Mal. Ich bedanke mich für die Ausgabe 2021.